Ja, hier Florian Fritsch und ich hier bei der BMW International Open 2018 im Golf Club Wut Lerchenhof und es wurde jetzt schon viel geredet über die letzten zwei Tage und ich denke, es wird Zeit, dass jetzt im Sport1-Livestream mal jemand kommt, der Ahnung hat. Und das sind wir beide und deswegen werden wir jetzt da mal die Box überfallen und mal ordentlich kommentieren. Günther mal rausschmeißen. Wir schmeißen Günther raus und gehen da mal rein. Also auf geht's. Komm mal mit. Du fährst. Hast du die Fahnenposition dabei? Ich habe die Fahnenposition gerade noch abgeholt. Wetter, wenn ich mir das so anschaue, ist genauso wie die letzten zwei Tage, nämlich nicht so toll. Ziemlich, ziemlich windig, kühl, Vorsicht, niemand um den Haufen fahren. Entschuldigung, er fährt noch nicht so lange Auto. Ich bin noch etwas jünger, ich bin deutlich jünger als der Bernd. Er hat auch mehr Haare als ich. Hier, Loch 10. Loch 10 ist jetzt direkt links neben uns. Da kommt später, passiert die Action noch. Ja, ich glaube. Ja, sensationell. Und jetzt geht's... Der Günther weiß was auf ihn zu? Nein, der Günther hat gar keine Ahnung, denke ich. Es wird alles mitgeschnitten. Jetzt nehmen wir mal auf. Ah ja, Entschuldigung. Hallo. Guten Tag. So, ich denke, es ist an der Zeit, den Günther da rauszuschmeißen. Weil, was ich bisher gehört habe im Stream, das läuft nicht so. Ja, wir haben uns das jetzt ein paar Minuten angehört und ich bin der Meinung, da muss jetzt mal ein bisschen Qualität rein. Ein bisschen Fachwissen, Fachkenntnis, Fachpublikum. Deswegen würde ich sagen, wir gehen da rein, schmeißen ihn raus und dann soll er machen, was er will. Alles klar. Günther! Günther, hallo. Hallo, Günther. Wir haben uns das jetzt so oft bei dir angehört und du darfst jetzt mal ein bisschen Pause machen. Kaffeekuchen steht für dich bereit. Ja, ich glaube, die Zuschauer wollen mal ein bisschen Fachkenntnis fürs Nicht-Dein-Gelaber und deswegen fangen wir jetzt an. Setz mal das Headset da ab. Wir haben extra für dich Kaffee. Bitteschön, da ist die Tür, du kennst dich aus. Ciao, Servus. Ja, wünsch dir was, ne? Danke, tschüss. Ja, mach das. Ja, mach das. Genau, Zweiten. Mach die Tür zu. Entschuldigung. Ich will dich auch stark offen. Das ist doch ein Ärger. Ja, hier. Wer ein Dritter von Toran Fritsch. Wir übernehmen jetzt mal Kurs. Guten Tag zusammen. Vielleicht, vielleicht darf ich ja doch mitspielen. Jungs, ihr macht es wirklich gut, aber darf ich auch ein bisschen mitmachen? Und dann ganz... Okay, ich bin ganz leise. Oder irgendetwas? Einmal stehen? Ja, genau. Am Ende vertragen wir uns ja doch, ne? Ich hoffe, wir satisfactory danach an. Vielen Dank.